Grüßeng! Am letzten Sonntag waren die Zeitungen ja überall Interviews mit Karl-Heinz Graser rinnen. Da haben sich vielleicht alle zugebläht zu ihrem so ein hartes Urteil. Und im ersten Moment habe ich mir auch gedacht, ja, acht Jahre ist schon hart. Und dann habe ich mir angefangen zu überlegen und denke mir, ja, Moment einmal, Karl-Heinz Graser, da war ja was, da war ja ein Haufen. Ja, aber was? Vergiss dich oft wieder. Jetzt habe ich ein bisschen nachrecherchiert, ein bisschen gegoogelt und dann habe ich jetzt ein gutes Video gefunden von diesem Dossier.at und von Falter, das habe ich mir angeschaut und noch ein bisschen geschaut. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich einen Podcast über Karl-Heinz Graser, fasse ich noch einmal zusammen, was da damals eigentlich bei dieser Bubuk-Affäre war. Und vielleicht möchtest du auch noch jemand seinem Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen, dann könnt ihr meinen Podcast anhören, da erzähl ich ein bisschen was. Für denk!